Hallo, ich grüße euch zum Deutschlandwetter. Es klopft mal wieder an unsere Tür, nämlich von Frankreich her. Da kommt die Hitze heute schon wieder zurück. Die sind wir ja eigentlich gerade erst losgeworden. Schauen wir mal, wo sie herkommt. Nicht nur von Frankreich, sondern eigentlich hat sie einen weiteren Weg von Spanien. Da sind wir bei Madrid bei 34 Grad und wir sehen ja auch diese Farben, die breiten sich ganz langsam in Deutschland schon wieder oder nach Deutschland aus. 31 Grad gibt es am Oberrhein, auch sonst sommerliche Werte von über 25 Grad. Nur an den Küsten ist es frischer und direkt hier im äußersten Norden, da bleiben wir bei gerade mal 17 Grad hängen. Und das liegt daran, dass hier immer wieder so eine Front langschleift mit dichten Wolken und ab und an auch mal mit etwas Regen. Das wird auch am Nachmittag so sein, vor allem im Norden Schleswig-Holsteins, gibt es immer mal wieder etwas Regen. Ansonsten für die meisten, und das ist die gute Nachricht, richtig viel Sonnenschein. Nur über den Alpen später mal einschaue, ansonsten bleibt es überall trocken. Naja, und in Rostock, da haben wir noch die Hansesail, heute der letzte Tag. Da also nicht ganz so viel Sonnenschein, aber passend zur Hansesail Wind, der frischt auch mal böig auf. Wir sehen aber schon, für den Rest ist das kein Thema. Die Sonnenstunden. Bis zu 14 Stück gibt es da, mehr sind um diese Jahreszeit auch nicht mehr drin. Ganz im Norden Schleswig-Holsteins, komplett grauer Himmel, null Sonnenstunden. Und vielleicht mit etwas Glück Richtung Rostock dann auch mal am Nachmittag oder Abend noch der ein oder andere Sonnenstrahl. Für die meisten aber viel Sonnenschein und das ist auch schön. Die meisten haben ja auch noch, ja, nicht Winterferien, Sommerferien. Und das sogar in Bayern bis zum 10.9., also da ist noch viel, viel Platz, um die Sonne genießen zu können. Hamburg nur noch bis zum 15.8. Da jetzt also schnell raus. Und der Blick nach oben, der lohnt sich übrigens auch in der kommenden Nacht. Da haben wir den Perseiden-Höhepunkt, also sehr, sehr viele Sternschnuppen am Himmel. Naja, und die sehen wir fast überall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.